Herrwürdige Schwestern, liebe Gläubige, liebe Online-Zuschauer, zuerst möchte ich Ihnen allen vom Herzen ein segenreiches Weihnachtsfest, Fest der Geburt unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Diese heilige Messe wird geopfert für unsere Postulanten, Novizen und Brüder in der ganzen Bruderschaft, damit sie treu bleiben und heilige Brüder werden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In Christus Geliebte, das Ereignis, das vor 2000 Jahren im Stall von Bethlehem geschehen ist, blieb damals völlig unbemerkt. Kaum haben es einige Schafhirten erfahren und noch, weil nichts weniger als ein Engel ihnen die Brotschaft gebracht hat. Dennoch war dieses Ereignis für die gesamte Menschheit überaus wichtig. Mit ihm fing ein neues Zeitalter an. Ab dieser Geburt gibt es in der Menschheit etwas, das ganz verändert ist. Ab dieser Geburt gibt es auf Erden etwas, was die Menschen zwar erwartet hatten, das sie sich aber so nie hätten ausdenken können. Die Gottesverheißung, welche seit dem Ausschluss aus dem Paradies durch alle Geschlechter hindurch überliefert worden war, ging mit ihr nach vielen Jahrhunderten der Erwartung in Erfüllung. Und auf welche Weise? Der Erlöser, von dem alle Propheten die Ankunft schrittweise verkündet hatten, die geheimnisvolle Person, auf welche das ganze Alte Testament abzielte, diese Person, welche die Beziehung zwischen der gefallenen Menschheit und deren Schöpfer wiederherstellen soll, diese so ersehnte Person ist endlich gekommen. Und was für eine Person! Ab ihrer Geburt in das Fleisch, in die Menschlichkeit, ist die Menschheit nicht mehr wie früher, weil jetzt Gott selber Mensch geworden unter den Menschen wohnt. Ja, dieser versprochene Messias und Erlöser, nach welchem Jahrtausende sich gesehnt haben, ist einer von der heiligsten Dreifaltigkeit. Er ist Gott selbst, Mensch geworden. Jetzt dürfen die Menschen zum Himmel empor schauen und dem wegen ihren Sünden erzürnten Vater sagen, Jetzt ist einer aus unserer Rasse Gott. Diese Tatsache, diese historische Wahrheit der Geburt einer göttlichen Person in unser Fleisch, übertrifft unser Verständnis unendlich. Für unsere arme Intelligenz bleibt diese Wirklichkeit unbegreiflich und doch, wie furchtbar ist es für unseren Glauben, sie zu betrachten. Es ist ein Geheimnis. Wie kann unter so schwache und begrenzte menschliche Natur zu der einer göttlichen Person gemacht werden? Und dort werden die Folgen dieses Geheimnisses für uns so spürbar. Vorher, in der Matutin, hat die Kirche mehrmals gesungen Christus natus est nobis, venite adoremus. Der Heiland ist geboren, kommt, beten wir an. Gehen wir also zur Krippe hin. Dort schläft ein göttliches Kind. Venite adoremus. Kommt, beten wir an. Dazu müssen wir aber die Krippe mit den Augen des Glaubens anschauen. Welche Gestalten treffen wir da? Was alles hat sich in diesen Stunden ereignet? Ein Mann, seine hochschwangere Frau, der Entbindung nahe, und ein Esel nähern sich einem Stahl. Es ist schon spät und dunkel. Die Nacht ist kalt. In der Ferne erlöschen ein nach dem anderen die Lichter eines Dorfes. Die Finsternis ziehen sich über das Land und verschlingen alles. Das hätten uns unsere Sinne gemeldet. Die Realität aber, diese, welche der Glaube allein wahrnehmen kann, war eine ganz andere, eine viel schönere. Diese Schwangere ist eine Jungfrau, die Jungfrau, von der der Prophet Isaias vorausgesagt hatte, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären. Der Mann ist kein Vater. Er ist der einzige aller Ehemänner, dem die heilige Pflicht übertragen wurde, Wärter über die Jungfreudigkeit seiner Gattin zu sein. Das Kind, das die Jungfrau unter dem Herzen trägt, ist nicht der Sohn dieses Vaters. Er ist der Sohn Gottes. Es ist die zweite Person der heiligsten Dreifaltigkeit, das Licht der Welt. Und er, Josef, der Zimmermann aus Nazareth, ein bloßer Handwerker, er soll auf ihn, auf Gott achten. Ihm ist den kostbarsten Schatz der Schöpfung anvertraut worden. Diese wenigen Glaubenswahrheiten bringen uns schon ins Staunen, weil sie zwei unendlich entfernte Extreme verbinden, Gott und den Menschen. Und in dieser Jungfrau, in welcher die Extreme verbunden sind, ist alles bewundernswert. Diese Tochter Evas wurde nicht von der Erbsünde befleckt. Deshalb auch gebärt sie ohne Schmerzen. Diejenige, die in der Empfängnis unberührt geblieben ist, bewacht auch in der Niederkunft den Schatz ihrer Jungfräulichkeit. Wie wir alle ist sie ein Geschöpf. Sie hat ihr Leben von Gott erhalten. Sie aber darf ihrem Schöpfer das Leben schenken. Und dieses Kind, das nun geboren ist, das nun zu den Menschenkindern zählt, wird einmal wahrhaftig sagen, Ehe Abraham ward, bin ich. Dieses Kind ist der Ewige. Er hat die Zeit erschaffen. Wie alle Geschöpfe ist Maria von Gott abhängig. Aber hier macht sich Gott von ihr abhängig. Ohne die Pflege seiner Mutter könnte dieses Kind allein nicht überleben. Und derjenige, von dem der Psalmist sagt, alle Tiere warten auf dich, dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit, bedarf es nun, ernährt zu werden. Und während Maria, die reinste aller Mütter, das liebenswürdigste aller Kinder, das Jesuskind an ihre jungfräuliche Brust führt, während das Geschöpf den Schöpfer stillt, das Jesuskind, das Wort Gottes, schüttet in die Seele seiner Mutter, der Strahlen seiner himmlischen Weisheit. Dieses Kind, das im tiefsten der Nacht geboren ist, zu der Zeit, als die Nerden am längsten sind, ist derjenige, dem die Sonne ihr Licht verdankt. Er ist das Licht, das in die Finsternis leuchtet. Dieses Kind, das Maria in einen Trog hinlegt, hat allen Sternen ihren Platz gewiesen. Es ruht in einer Krippe, während die Engel im Himmel sich vor seinem Thron beugen. Es schläft im Trog und zugleich sieht es und weiß es alles, was geschieht, geschehen ist und geschehen wird, überall im Universum, obwohl es von den Menschen verkennt wird. Es kann nicht mehr tun als die anderen Neugeborenen und doch lenkt es die ganze Welt und alle Geschöpfe. Es führt die Gestirne im Himmel auf ihre Bahn. Es leitet den Wind und lässt den Regen herab. Es verleiht dem Feuer seine Wärme und dort in dieser feuchten Nacht will es an der Kälte leiden. Hier zeigt sich der Allmächtige schwach. Derjenige, der alles besitzt, macht sich arm und mittellos. Dennoch liegt in diesem Trog mehr als das Universum enthalten kann. Hier in Bethlehem liegt das Brot der Engel, das lebendige Brot. Das Gebabel, das es von sich hören lässt, stammt von diesem lebendigen und mächtigen Wort, das alles erschaffen hat. Derjenige, der hier noch nicht sprechen kann, ist seit Ewigkeit her der genaue Ausdruck dessen, was die Gottheit ist. Vor unseren Augen scheint dieses Jesuskind ein Kind wie alle anderen Kinder zu sein. Der Glaube aber lehrt uns unter diesem äußeren Schein, dass dieses Kind der große Gott ist, dass diese Person nicht bloß wahrer Mensch, sondern auch wahrer Gott ist. Der Glaube lehrt uns, dass in ihm die Gottheit und die Menschlichkeit verbunden sind, damit die Menschen durch ihn mit Gott wieder verbunden seien. Liebe Mitbrüder, liebe Gläubige, bitten wir mit Eifer die heilige Gottesmutter, den heiligen Josef, dass sie uns gewähren, den menschgewordenen Gottessohn besser zu kennen, besser zu lieben, besser zu dienen, damit wir, wie das heutige Gabengebet sagt, mit seiner Gnade durch diesen hoheiligen Austausch ihm gleichförmig werden. Gelobt sei Jesus Christus. In der Nacht.